Hey Leute, in unserem heutigen Video werdet ihr einige der besten beheizten Westen auf dem Markt entdecken. Wir haben sie nach ihrer Qualität, Kapazität, Preis und Benutzerzufriedenheit kombiniert. Weitere Informationen findet ihr in der Beschreibung unten. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren oder auf das Glockensymbol unten zu klicken, um als erster über unsere Videos informiert zu sein. Auf Platz 3 steht die beheizte Weste USB beheizte Jacke. Vorstellung der beheizten Weste USB, einer revolutionären Lösung, um euch an den kältesten Wintertagen warm und gemütlich zu halten. Entwickelt für Männer und Frauen, soll diese elektrisch beheizte Weste anpassbare Wärme bieten, egal wohin euch eure Outdoor-Abenteuer führen, sei es Motorradfahren, Angeln, Skifahren oder jede andere Winteraktivität. Mit einem USB-Anschluss ausgestattet, sorgt diese Weste für Bequemlichkeit und Kompatibilität. Schließt sie einfach an eine Powerbank an und ihr seid bereit, beruhigende Wärme über längere Zeiträume zu erleben. Das USB-Heizelement ist nicht nur effizient, sondern auch energiesparend und somit eine umweltfreundliche Wahl für diejenigen, die Wärme ohne Kompromisse bei der Nachhaltigkeit suchen. Mit Praktikabilität im Blick ist die beheizte Weste leicht zu waschen, um Hygiene und Frische mühelos zu bewahren. Die Heizelemente sind bequem herausnehmbar, sodass ihr die Wärme sorglos während eurer regelmäßigen Reinigungsroutine genießen könnt. Perfekt für Outdoor-Enthusiasten, Motorradfahrer und Wintersportbegeisterte bietet diese USB-Beheizte Jacke eine willkommene Abwechslung von der beißenden Kälte. Das leichte und flexible Design gewährleistet uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und macht sie zu einem idealen Begleiter für verschiedene Aktivitäten. Auf Platz 2 haben wir die ZWOS-Beheizte Weste USB-Beheizte Jacke. Vorstellung der ZWOS-Beheizten Weste, euer treuer Begleiter, um die Winterkälte bei Outdoor-Arbeiten oder Aktivitäten zu überwinden. Entworfen für Männer und Frauen, ist diese USB-Beheizte Jacke ein Gamechanger und bietet anpassbare Wärme, um euch in den kältesten Bedingungen bequem zu halten. Bleibt in Kontrolle über euren Komfort mit den einstellbaren Temperaturstufen der ZWOS-Beheizten Weste. Die Heizelemente bieten drei verschiedene Stufen, um euren spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden. Egal, ob ihr einem kalten Wind oder einem eisigen Wind trotzt, wechselt einfach zwischen niedrigen, mittleren und hohen Einstellungen, um eure perfekte Wärmelevel zu finden. Entwickelt mit Outdoor-Enthusiasten und Arbeitern im Kopf, gewährleistet die ZWOS-Beheizte Weste ein leichtes und flexibles Design für uneingeschränkte Bewegung. Ob auf einer Baustelle, bei Outdoor-Sportarten oder einfach beim Überstehen der Elemente, diese Weste ist euer zuverlässiger Partner für Wärme und Komfort. Auf Platz 1 haben wir die Hölk-Beheizbare Weste Heizweste. Stellt euch die Hölk-Beheizbare Weste vor, die ultimative Lösung, um den Winter mit Stil zu trotzen. Diese beheizte Jacke, speziell für Männer entworfen, setzt neue Maßstäbe in puncto Wärme und Komfort bei kalten Temperaturen. Die Heizweste von Hölk ist mit einer fortschrittlichen Heiztechnologie ausgestattet und bietet drei einstellbare Temperaturstufen. Ganz nach euren Bedürfnissen könnt ihr zwischen niedriger, mittlerer und hoher Wärmestufe wählen, um euch in jeder Umgebung rundum wohl zu fühlen. Diese beheizbare Jacke passt sich euren individuellen Wärmepräferenzen an. Die Hölk-Beheizbare Weste zeichnet sich durch ihre praktische Waschbarkeit aus. Die Heizelemente können problemlos entfernt werden, sodass ihr die Weste leicht und bequem reinigen könnt. Die pflegeleichten Eigenschaften dieser Jacke garantieren nicht nur Hygiene, sondern auch Langlebigkeit. Entwickelt für Männer, die sich gerne im Freien aufhalten oder in kalten Arbeitsumgebungen arbeiten, bietet diese Heizweste ein leichtes und flexibles Design. Egal, ob ihr auf der Baustelle arbeitet, Outdoor-Aktivitäten nachgeht oder einfach den Elementen trotzt, diese Weste ist euer zuverlässiger Begleiter für Wärme und Komfort. Egal, ob ihr auf der Baustelle ist, dass ihr die Begleiter für Wärme und Komfort. Egal, ob ihr auf der Baustelle ist, dass ihr die Begleiter für Wärme und Komfort.